Die Frauen-Handballmannschaft Kurfalz-Bären bereitet sich bereits auf die kommende Saison vor. Darüber spreche ich heute mit Trainerin Franziska Steyl. Frau Steyl, wie zufrieden sind Sie denn in Ihrem ersten Jahr und was möchten Sie vielleicht für die kommende Saison verbessern? Hallo erstmal, schönen guten Tag. Ich glaube, wir haben eine sehr wellenhafte Saison hingelegt mit tollen Spielen, aber dann auch mit vielen Ausrutschern. Für mich auch eine ganz neue Erfahrung persönlich im ersten Jahr, auf dem Niveau eine Mannschaft zu trainieren. Grundsätzlich bin ich total zufrieden. Mir macht die Aufgabe Spaß. Ich bin sehr, sehr gerne Trainer und habe auch eine tolle Mannschaft. Wir sind froh, wenn die Saison jetzt auch bald rum ist nach fünf Wochen. Es war eine sehr harte Saison mit vielen Verletzungen, vielen Corona-Kranken. Immer wieder eine andere Mannschaft, die ich aufstellen musste. Wir stehen nächstes Jahr vor einem Umbruch, weil wir einfach acht Abgänge haben und werden nächstes Jahr sehr jung und dynamisch sein. Nun haben ja auch die ersten Transfers schon stattgefunden. Mit welchem Team wollen Sie denn nächstes Jahr auf die Platte gehen? Ja, wir werden sehr, sehr verjüngt sein nächstes Jahr. Wir verlieren wirklich von unserer ersten sechs fünf Spielerinnen, die sich anderen Vereinen angeschlossen haben oder die ihre Karriere beenden. Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse in Ketsch ist es immer so, dass wir uns jung aufstellen müssen. Also wir sind ein Ausbildungsverein, das wissen wir auch. Und wir haben beispielsweise drei Spielerinnen aus dem Jahrgang 2004 verpflichtet. Eine davon ist die Giannina Bianco, das ist eine U18-Jungennationalspielerin. Wir haben drei junge Spielerinnen aus Mundenheim verpflichtet. Eine junge Spielerin aus St. Leon. Also alles im 2000er, 2002, 2003, 2004er-Bereich. Die Nele Wenzel auch von der HSG Bromberg. Lippe konnten wir verpflichten aus der ersten Liga. Das ist ein Transfer, der uns natürlich auch ein Stück weit in der Qualität weiterhilft. Und die jungen Spieler wollen wir ausbilden, wollen sie an höhere Aufgaben heranführen. Und ja, wie gesagt, wir haben nächstes Jahr ein Durchschnittsalter von knapp 21 Jahren, was sehr, sehr jung ist. Sie haben ja auch gerade schon gesagt, wer für das nächste Jahr schon kommen wird. Auf welcher Position wollen Sie sich denn noch weiter verstärken? Ja, unsere Kaderplanungen sind eigentlich fast abgeschlossen. Wir sind noch auf der Suche nach einer Kreisläuferin. Die Position haben wir im Moment einfach besetzt. Der Markt ist da relativ schwierig. Vielleicht werden wir das auch aus der eigenen Jugend oder aus der neuen zweiten Mannschaft im Auffang. Da sind wir auf der Suche. Das ist die einzige Position, wo wir wirklich noch eine Baustelle haben, weil wir da nur einfach besetzt sind. Ansonsten sind wir mit der Kaderplanung aber durch. Vielen Dank, Frau Stahl, für Ihr Gespräch und alles Gute natürlich für die laufende und für die kommende Saison. Vielen Dank.